Jo, meine Freunde, was geht ab? Esso ist wieder da, 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 da. Heute ist Buzzer dran mit seiner Performance Extreme Challenge. Letztes Mal war Bad Moms J dran und sie hat absolut gekillt. Ich sag euch ehrlich, als sie da so ... Hatte ich kurz gedacht, die wird auf jeden Fall aufgeben. Aber dann, sobald die Musik an war, hat sie absolut rasiert. Ich hoffe, Buzzer wird auch nachlegen. Leider haben wir eine kleine Unwetterwarnung bekommen. Heißt, es könnte hier ungemütlich werden. Schauen wir mal, ob er sich dennoch der Challenge stellt und uns zeigt, dass er unter jeder Lebenslage und jeder Bedingung absolut krass performen kann. Genauso wie beim Rappwurst Soundclash am 19.05. in Dortmund in der Westfalen. Hallo, mein Name ist Esso und lasst uns jetzt wieder nicht lange quatschen. Lasst uns runtergehen, die beiden abholen und gucken, was so passiert. Peace. Moin Männers, alles gut? Mein Bester. Gute Schlafen? Natürlich. Perfekt, das freut mich. Bist du bereit für heute? Na klar, wirklich? Ja? Ich war schon da oben, Bruder. Und was hast du hier gesehen? Ein Yeti? Vielleicht. Was ähnliches. Auf jeden Fall war es sehr, sehr kalt, Schoffel. Bis warm angezogen. Aber du wirst da jetzt auch hochgehen. Warum denn ich? Warum? Warum sind wir denn hier, Bruder? Um dich vorzubehalten auf dem Rappwurst Soundclash. Was muss ich da machen? Kühl und Kopf bewahren. Ja. Und da oben. Guckst du dir erstmal alles an? Ja. Und dann gucken wir weiter. Oh, 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 oh. Jetzt war ich heute erfährlich. Ich hätte schön das sagen, aber heute doch. Hä? Hast du was im Kopf? Könnte sein, dass ich mich in so einen Wok setzen muss und mit 300 km h da runter oder was? Schauen wir mal. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Lass uns abträgen. Okay. Gehen jetzt in der Yondel. Yondel. Ihr wisst sowieso nicht, ich habe höhere Angst, Alter. Hast du? Ja, Todes. Schlimm, oder was? Richtig schlimm. Oh, hier steht Teufelsberg und sowas, Alter. Boah, Leute, Mann. Das ist die Challenge, oder was? Ja. Wenn du oben ankommst, bestanden wurde. Ja. Richtig? Ist das euer Ernst, Alter? Ja, ja. Digga, was ist das hier, Mann? Man sieht doch nichts. Oh, Mann, Digga. Hey, Leute, Mann, Digga. Ist das ein Teufelsberg? Es ist teuflisch kalt da oben, jedenfalls. Perfekt. Na, die hat er mir hingeworfen. Ne? Ich war jetzt rauf auf 3000 Meter knapp. Und die Frage ist, freust du dich? Soll ich mich denn nicht freuen, wenn ich hier mit Schiffchen mal so eine Bergtour mache? Ich glaube, oben ankommt, sieht das schon ein bisschen anders aus. So, wir kommen auf 3000 Meter. Knacken Sie die Ohren, wegen dem Druck. Oh, diese tollen Ziagerschuhe haben nur gewinnt. Aber die sehen aus, als hätten die Mühe. Ja, die sehen nur aus. Ich werde so auf die Fresse fliegen. Wir sind da. Was sagst du jetzt? Ah! Das ist doch schön hier oben. Wir haben jetzt nicht so viel Aussicht, aber die Kälte, das ist zu spüren. Ja. Und wir werden jetzt gleich auf eine Brücke gehen. Und auf der Brücke werden wir beide performen. Wir performen unseren Song, woher? Damit wir auch in der schwierigsten Situation immer am Start sind, als Rapper. Wir können die Texte, wir können performen, wir können das in jeder Situation, auch auf einer Hängebrücke auf 3000 Meter Höhe. Kein Ding. Soll ich bescheid, Bruder? Ich gehöre hier nicht her. Aber jetzt muss es losgehen, Meister, also. Seid ihr alle bereit? Wir auch. Kackt euch nicht ein. Wir gehen nur auf so eine scheiß Hängebrücke, Mann. 3000 Meter, das ist doch. Nix, Mann. Nix, Mann. Nix, Mann. Nix, Mann. Nix, Mann. Die Frage ist, freust du dich? Soll ich mich denn nicht freuen? Können du den Kopf bewahren? Kopf bewahren? Ich glaube, oben ankommt, sieht das schon ein bisschen anders aus. Diese Dolin-Ziaga-Schuhe haben null Quip, null Quip. Okay. Boah, Digga, ey, Mann, Alter, das ist jetzt schon verfickt hoch, Mann. Ich hasse euch alle. Das ist nicht so schlimm, Meister. Let's go, Bruder! Ich gehöre hier nicht her. Immer wenn jemand was sagt, verstehe ich, du gehörst hier nicht her. Schule war schwer, ich hab da nur gelernt. Ich gehöre hier nicht her. Sie scheißen auf mich, denn einer wie ich gehört hier nicht her. Aber wo soll ich hin? Yeah. Ich weiß, wo ich bin, aber wo ist mein Platz? Wo bin ich zu Hause, Bruder? Wo ist mein Dach? Wo ist mein Ast? Wo ist mein Nest? Opa hat gesagt, das Leben ist ein Test. Aber warum bin ich anders als die anderen? Warum kann ich mit der Außenwelt nichts anfangen? Ich versuche, was ich kann, halt mein Wort wie ein Mann. Mit dem Rücken an der Wand passt mich an, doch ich finde kein Anklang. Ich bin wie du, rotes Blut in den Wehen. Doch ein blaues Auge tut mir nicht weh. Sie sagen, wenn ich keiner mag, wirst du das Problem. Ist schon gut, ich verstehe. Ich gehöre hier nicht her. Immer wenn jemand was sagt, verstehe ich, du gehörst hier nicht her. Schule war schwer, ich hab da nur gelernt. Ich gehöre hier nicht her. Sie scheißen auf mich, denn einer wie ich gehört hier nicht her. Aber wo soll ich hin? Mama woher? Papa woher? Wo komm ich her? Wo komm ich her? Wo komm ich her? Mama woher? Wo komm ich her? Wo komm ich her? Wo komm ich her? Mama woher? Papa woher? Papa woher? Papa woher? Wo komm ich hey? Mama woher? Papa woher? Papa woher? Ich gehöre hier nicht her, immer wenn jemand was sagt, verstehe ich, du gehörst hier nicht her, Schule war schwer, ich hab da nur gelernt, ich gehöre hier nicht her, sie scheißen auf mich, denn einer wie ich gehört hier nicht her, aber wo soll ich hin? Stark, Männers, war eine super Sache. Alter, meine Nase ist weg, machen wir wieder. Meister, siehst ein bisschen rot aus. Kein Spaß mehr, Alter, die Nase ist weg. Kein Spaß mehr weg hier. Aber da durchgezogen, scheiß drauf. Dieser Wind war ja wirklich kein Spaß mehr. Was hat denn eine 50, 60 kmh oder sowas, gell? Mehr sogar vielleicht. Ich hab richtig gemerkt, wie meine Barthaare einfrieren. Aber geile Erfahrung, danke schön. Okay. Wie war die Erfahrung? War schon heftig, sag ich dir ganz ehrlich, auf so einer Brücke rumschwingen, da bei eises Kälte und ich hab nichts gesehen und so, das war schon heftig. Das sind alles Sachen, die ich nicht mag, aber... Du hast drauf eingelassen. Ja, darum geht's am Ende des Tages. Gerade bei Red Bull. Und jetzt gerade fliegen wirklich sehr mutig. Es war eine Überwindung, jetzt hat man's gemacht und ich würd's jetzt nicht wieder machen. Bist du zufrieden mit der Leistung am Wasser? Sehr zufrieden, sehr zufrieden. Von 10? Von 10, 10? 10 für 10. 10 für 10. Das hat er sehr gut gemacht. Und das ist natürlich genau das, was wir wollten. Wir wollten ja auf Red Bull Soundclash vorbereiten, auf Performance in jeder Situation, in jeder Lebenslage performen können. Und deswegen... Ich hab's noch nie so kalt erlebt, wie da jetzt gerade. Ja, aber ich schwör, das war... Noch nie erlebt. Aber ich sag, die Performance sitzt 1A. Ja. Wenn ich gesehen hätte, dass unter mir 3000 Meter ist, dann wäre ich mir glaube ich noch mehr in die Hose geschissen. Während wir performen, guck ich auch immer so ein bisschen, wie wir performen. Ich seh mich selber auch von außen und ich seh ihn von außen. Ich kann das von außen so ein bisschen betrachten. Und man wird uns nicht angemerkt haben, wie kalt das eigentlich ist. Danke, dass du das gemacht. Dass du hier dabei bist. Dass du auch noch mit uns auf der Brücke rumtanzt, Großer. Danke dir, Alter. Ja, ich hab mieseste... Ich hab's gesehen. Du wolltest doch... Ja, ja, ja. Natürlich. Ich hab's noch gesagt. Wir müssen immer fresh bleiben, weißt du. Unter dem ganzen Zeug hab ich mieseste, mieseste Schickleid. Von daher... So, meine Freunde, es war wirklich eine Performance-Extreme, die Bowser da abgelegt hat. Keine Ahnung, was die Sido dabei gedacht hat. Aber genau darum geht es ja beim Red Bull Soundclash um einzigartige, grenzenüberschreitende Performances. Und wenn ihr dieses Spektakel nicht verpassen wollt, checkt auf jeden Fall die Tickets in der Infobox ab. Am 19.05. in der Westfalenhalle in Dortmund. Das dürft ihr nicht verpassen. Also, let's go. Attacke. Und wenn ihr da unten seid, lasst direkt ein Like da, kommentiert, teilt dies das Ananas. Schreibt uns gerne auch in die Kommentare, was ihr jetzt nächstes mal wollt. Ich grüsse euer Herz. Das war's von mir, mein Name ist S.O. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Red Bull Soundclash Bootcamp Challenges. Und das ist eine ganz spezielle Folge, dann da werden die Teams zum ersten Mal direkt aufeinandertreffen. Robi! Scheiße, Alter! Rück auf Gas! Es gibt also einen richtigen Clash und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie im Team funktionieren. Verpasst das auf keinen Fall. Abonniert, aktiviert die Glocke. Wir sehen uns.